Nächste Haltestelle. Weiler. Diese Fahrt endet dort. Wir möchten Sie bitten auszusteigen. Vielen Dank. Nächste Haltestelle. Witzelohstraße. Nächste Haltestelle. Weilerweg. Nächste Haltestelle. Fühlingerweg. Bundesamt für Verfassungsschutz. Nächste Haltestelle. Weixelring. Nächste Haltestelle. Karl-Marx-Allee. Nächste Haltestelle. Chorweiler. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn und zur Stadtbahn. Nächste Haltestelle. Ehrstadt-Allee. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Heimersdorf. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Nächste Haltestelle. Zypressenstraße. Nächste Haltestelle. Stallungsweg. Nächste Haltestelle. Kuhlheimerstraße. Nächste Haltestelle. Langerich. S-Bahn. Nächste Haltestelle. Marienbergerweg. Nächste Haltestelle. Pescherweg. Nächste Haltestelle. Otto-Müllerstraße. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Gewerbegebiet. Pesch. Nächste Haltestelle. Eschersee. Nächste Haltestelle. Am Braunsacker. Nächste Haltestelle. Kurbuschstraße. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Esch. Nächste Haltestelle. Johannes-Paselstraße. Nächste Haltestelle. Sienersdorfer-Mühle. Nächste Haltestelle. Kesselsgasse. Nächste Haltestelle. Am Zehnthof. Nächste Haltestelle. Simmersdorf, Kirche. Diese Fahrt endet dort. Wir möchten Sie bitten auszusteigen. Vielen Dank. Nächste Haltestelle. Kesselsgasse. Nächste Haltestelle. Simmersdorfer Mühle. Nächste Haltestelle. Johannes-Prassel-Straße. Nächste Haltestelle. Esch. Nächste Haltestelle. Kurbuschstraße. Nächste Haltestelle. Am Braunsacker. Nächste Haltestelle. Eschersee. Nächste Haltestelle. Gewerbegebiet Pesch. Nächste Haltestelle. Automüllerstraße. Nächste Haltestelle. Pescherweg. Nächste Haltestelle. Marienbergerweg. Nächste Haltestelle. Longerich. S-Bahn. Nächste Haltestelle. Kuhlheimerstraße. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Zypressenstraße. Nächste Haltestelle. 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 Nächste Halt Nächste Haltestelle Karl-Marx-Allee, Nächste Haltestelle Weichselring, Nächste Haltestelle Weilerweg, Nächste Haltestelle Witzeloh-Straße, Nächste Haltestelle Weiler, diese Fahrt endet dort, wir möchten Sie bitten auszusteigen, vielen Dank.